Viel Herz, viel Schmerz und jede Menge Intrigen. Tag für Tag zielen Daily Soaps wie Sturm der Liebe, unter uns oder gute Zeiten, schlechte Zeiten die TV-Zuschauer in ihren Bann. Das sind die Highlights am 29. September. Mit gute Zeiten, schlechte Zeiten fing im Jahr 1992 alles an. Seither sind die sogenannten Daily Soaps aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig begeistern neue Geschichten rund um Freund oder Feindschaft, Liebe oder Missgunst ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Das sind die Daily Tipps für Freitag, den 29. September. 14.10 Uhr, das Erste. Rote Rosen. Ralf versucht sich einzureden, dass sein Entschluss, bei Carla einzuziehen, die richtige Wahl ist, um Annette zu vergessen. Doch ein verstörender Tag Traum lässt ihn erneut an seiner Entscheidung zweifeln. Mit schwerem Herzen trennt er sich von Carla. Elle stellt Gunther höflich ihre von Straten Methode für sein Hotel vor, die er vorerst ablehnt. Während eines gemeinsamen Essens kommen sie auch persönlich ins Gespräch. Obwohl Gunther zunächst zögert, Elle zu einem Kochabend einzuladen, findet er sie faszinierender, als er zugeben möchte. 15.10 Uhr, das Erste. Sturm der Liebe. Als eine bekannte Jazzsängerin ihren Auftritt beim Frühlingsfest absagen muss, springt Nicole ein. Werner schlägt arglos vor. Dass Michael sie am Klavier begleitet. Während der Proben berührt Nicoles Gesang Michaels Herz, was bei Robert Eifersucht auslöst. Greta bedauert, dass Noah nun die Konsequenzen für ihren Alleingang tragen muss. Obwohl Mario die Anzeige wegen Erpressung gegen sie zurückgezogen hat, gilt dies nicht für die Anzeige wegen Körperverletzung gegen Noah. Als Greta zufällig auf Mario trifft, stellt sie ihm die Dinge klar. 17.30 Uhr RTL Unter uns, als Julius seinen Besuch absagt, ist Easy enttäuscht. Ringo versucht, den Tag zu retten, aber seine Überraschung entpuppt sich als lebensgefährlich. Nadine sieht das Straßenfest als Gelegenheit für einen Flirt, doch eine Attraktion zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Jakobs heikler Vorschlag beschäftigt Mika weiter. Und sie testet die Lage, um herauszufinden, ob sie noch eine Chance hat. 19.05 Uhr RTL Alles was zählt. Henning erkennt schockiert, dass er einen Fehler gemacht hat, und gesteht Ben seine Schuld. Ben ist wütend. Hanna strahlt vor Glück, und sogar Kilian bemerkt es. Als er den Grund erfährt, fühlt er sich in seiner Eitelkeit herausgefordert. Die Spannungen zwischen Chiara und Leila nehmen zu, da ihre Teilnahme an der WM unsicher ist. Ava bringt die beiden wieder auf Kurs. 19.40 Uhr RTL Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nicole ist erleichtert, dass Michi sich von Maren fernhält. Dennoch bleibt Maren für sie ein Problem. Als sie zufällig mitbekommt, dass Michi sich in Marens Wohnung aufhält, setzt ihr Kopfkino erneut ein. Auch bei Jessica ist die Situation äußerst angespannt, da sie um ihren Job fürchtet. Obwohl Ni hat ihr Respekt zollt, liegt die Entscheidung über ihre berufliche Zukunft letztendlich bei Lilly. Untertitelung des ZDF für funk, 2017